Hi, mein Name ist Lexi und ich komme aus Portland. Bevor ich euch meine Geschichte erzähle, bitte ich euch zu liken und zu abonnieren. Schon als ich klein war, nannte mich meine Mutter ein wunderschönes Chaosbündel. Ich habe Schmetterlinge gejagt, Ameisenhaufen ausgegraben und Schlamm verteilt. Lexi, nicht die Fernbedienung! Guck mal Mama, Kabel! Es war mir unmöglich still zu sitzen, vor allem wenn ich langweilige Bücher lernen musste. Jede Kleinigkeit lenkte mich ab und Mom zog mich immer wieder zurück und versuchte, mich zum Konzentrieren zu bringen. Das klappte nie. Meine Noten waren schlecht und als ich in der vierten Klasse das erste Mal durch die Prüfung fiel, geriet Mama in Panik. Oh mein Gott, das ist mir so peinlich, wie kannst du durchfallen? Ich habe mein Bestes versucht, Mama. Ach, wir müssen uns mehr anstrengen. Lass niemanden wissen, dass du durchgefallen bist, vor allem nicht die Nachbarn. Na toll, mein Nachbar war mein Klassenkamerad Ben und seine Mutter war die beste Freundin von meiner. Sie sagten, sie seien Freunde, aber in Wirklichkeit konkurrierten sie die ganze Zeit nur miteinander. Wer hat das bessere Haus, die bessere Deko, das bessere Kind? Oh Mann. Ben ist dieses Jahr der Schulbeste. Schon wieder. Ist er nicht ein Genie? Ja, Judy, das ist großartig. Er hat auch ein Schachturnier gewonnen und die Naturwissenschaftsausstellung. Das ist toll, Judy. Was ist deine Note, Lexi? Ich hatte eine 3. Ich bin im Durchschnitt. Lügnerin, du hast eine 4 bekommen. Was? Ich habe deine Zeugnisse ausgeteilt. Oh Mann, du armes Ding. Trauriges Ding. Das wird schon. Traurig. Ach, Ben streckte mir die Zunge raus. Blöd, Mann. Mann war die ganze Nacht sauer auf mich und aus Rache stellte ich ein Becher voll mit Wasser vor Bens Haus, damit er am Morgen reinlief. Lexi! Die Konkurrenz unserer Mütter machte uns sofort zu Feinden, sogar in der Schule. Es half auch nicht, dass wir in jeder Hinsicht polar Gegengesetze waren. Ben war ein totaler Ordnungsfanatiker und ich war total chaotisch. Er hasste meinen chaotischen Schreibtisch, meine dreckigen Schuhe und meine unpassende Kleidung. Er war konzentriert im Unterricht und ich war gesprächig. Selbst meine Lehrer konnten mich nicht zum Schweigen bringen, weil meine Witze alle zum Lachen brachten. Könntest du uns bitte konzentrieren lassen? Hä? Bist du neidisch, weil ich beliebter bin als du? Du wirst für mich arbeiten. Niemals, Streber. Das werden wir sehen, Sportskanone. Wir gerieten ständig aneinander und meine Mom ärgerte das am meisten. Er ist so ein kluger Junge, warum könnt ihr nicht miteinander auskommen? Ich kann ihn nicht leiden und das ist deine Schuld. Wenn du nicht ständig sagen würdest, dass ich so sein soll wie er. Du sollst wie Ben sein, er hat ne große Zukunft. Meine Zukunft ist auch toll. Ich wollte Profifußballer werden, reich werden, mir ne eigene Villa kaufen. Als wir in der 10. Klasse waren, übersprang Ben ne ganze Klasse und startete seine eigene Webseite, auf der man sich einloggen und gemeinsam Spiele spielen konnte. Sie wurde nicht nur populär, sondern er verdiente auch noch viel Geld. Und ich? Ich habe meine Zeit damit verbracht zu trainieren, um der beste Kapitän meiner Fußballmannschaft zu werden. Aber meine Hoffnungen wurden zunichte gemacht, als mich der Direktor eines Tages mit einer schrecklichen Nachricht überraschte. Ich hatte all meine Prüfungen nicht bestanden. Meine Mutter war so wütend, dass sie mir das Sporttreiben verbot. Ich bin der Mannschaftskapitän, ich kann nicht aufhören. Wir haben dieses Jahr ein nationales Turnier. Lexi, du könntest von der Schule verwiesen werden. Bitte, Mom, ist das das Einzige, was ich kann? Sie war nicht bereit zuzuhören. Mein Team konnte mich auf gar keinen Fall aufgeben lassen. Wir trafen uns zweimal die Woche heimlich zum Training, nachdem unsere Eltern eingeschlafen waren. Einmal stritt ich mich gerade mit meinem Team über was Dummes auf der Straße, als ich sah, wie das Licht durch Bens Zimmer anging. Ich redete mir ein, dass es nichts war. Wir redeten kaum miteinander, seit er die Schule schwänzte, und es würde ihm nichts ausmachen. Aber ein paar Tage später passierte es dann doch. Wir waren beim Nachttraining, als plötzlich ein Auto nach dem anderen auf das Feld fuhr. Unsere Eltern! Es war das reinste Chaos. Wir konnten nicht weglaufen oder uns verstecken. Und Bens Mutter stand vor allen Leuten und grinste mich an. Ben hat mir erzählt, dass er dich um zwei Uhr morgens mit den Fußballkumpels vom Haus gesehen hat. Er hat was? Lexi, das wusste ich nicht. Ich habe die Eltern deines Teams angerufen. Und was? Keiner von euch ist im Bett. Und ich weiß genau, dass Lexi hinter all dem steckt. Mom hat mich angeschrien wie noch nie. Und am nächsten Tag landete mein ganzes Team im Büro des Rektors. Ich konnte nicht zulassen, dass wir alle in Schwierigkeiten kommen. Der einzige Grund, warum wir das gemacht haben, war, weil ich dabei sein wollte. Und so stand ich auf und übernahm die volle Verantwortung. Du hast ein ganzes Jahr lang um Mitternacht trainiert? Meine Mutter wollte einfach nicht, dass ich tagsüber trainiere. Ich wollte das nationale Turnier gewinnen. Nun, niemand kann sagen, dass du nicht hart arbeitest. Aber du hast tausende Regeln gebrochen. Ihr habt jeden Abend in einer unsicheren Gegend trainiert. Ich sollte euch wahrscheinlich von der Schule verweisen. Aber das werde ich nicht tun. Der Direktor hat mir zehn Wochen Nachsitzen auferlegt. Ich durfte keinen Sport treiben. Und wenn ich nicht jede einzelne Prüfung bestehe, wurde ich von der Schule verwiesen. Seine Warnung ließ mich mit puren Entsetzen zurück. Ich wurde vom Turnier ausgeschlossen. Und jetzt sollte ich auf magische Weise über Nacht klug werden? Als ich Ben vor meiner nächsten Klasse warten sah, stürzte ich mich auf ihn. Lexi, es tut mir leid. Es tut dir leid? Du hast mein Leben ruiniert. Ich dachte, du wärst in Schwierigkeiten, weil du dich mitten in der Nacht mit jemandem gestritten hast. Ich hab mich nicht gestritten. Und warum? Was interessiert dich das überhaupt? Ich hab es Mom nur beiläufig erzählt. Ich wusste nicht, dass sie das macht. Du kennst sie überhaupt nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Die ersten Wochen verbrachte ich damit nichts zu tun, außer zu lernen. Der Schulleiter wies mir einen Nachhilfelehrer zu. Und als ich zu ihm ging, schrie ich. Du? Ja, ich bin dein Nachhilfelehrer. Nein, das gibt's doch nicht. Ich bin der Einzige, der verfügbar ist. Ich würde lieber durchfallen. Oder du gehst zum besten Nachhilfelehrer der Schule und bestehst. Ich stand auf, umzugehen, aber er blockierte mich. Ich weiß, ich hab's vermasselt. Gib mir eine Chance, es wieder gut zu machen. Wie willst du es in Ordnung bringen? Indem du mich dumm Sportler nennst? Du bist nicht dumm, aber vielleicht hast du ADS oder ADHS oder sowas. Was? Ben zeigte mir eine Webseite. Ich bin kein Arzt und ich weiß nicht genau, aber ich habe anderen Kindern Nachhilfe gegeben. Diejenigen im selben Zustand wie du. Als ich den Text las, machte mein Herz einen Sprung. Und aufmerksam, überkonzentriert, nachlässig und ängstlich zugleich. Das war ich. Du bist nicht dumm. Er gelangweilt. Er begann von seinen Tricks zu erzählen, die mir helfen konnten, mich zu konzentrieren und ich war fassungslos. Er hat wirklich geholfen? Er lehrte mich Chemie mit Spielen, bei denen ich Süßigkeiten oder eine 5-minütige Pause gewinnen konnte. Je nachdem, was ich wollte. Es funktionierte. Und ich konnte am nächsten Tag problemlos dem Unterricht folgen. Mathe lehrte er mit Zeichnungen und Naturwissenschaften mit coolen Experimenten. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Also nahm er mich mit in ein Museum. Wow, ein T-Rex. Nicht anfassen. In jedem unserer Kurse fühlte ich mich selbstbewusster und leichter als Luft. Es ist viel einfacher zu lernen, wenn man weiß, dass man es kann. Als ich anfing, meine Klassenarbeiten zu bestehen, habe ich Ben umarmt. Es funktioniert. Du bist ein Genius. Lexi, du zerknitterst meine Jacke. Plötzlich tauchte Bens Mom wie aus dem Nichts auf und zog mich zurück. Was macht ihr da? Küsst ihr zwar euch etwa? Nein! Warum hängt ihr beide plötzlich zusammen rum? Mom, ich gebe Nachhilfe. Du unterrichtest sie doch nicht gerade, oder? Komm, wir gehen rein, Ben. Seitdem unterbrach uns seine Mutter immer, wenn sie uns reden sah. Und so begannen Ben und ich, uns auf dem Dach des Hauses zu schleichen, wenn wir uns sehen wollten. Kannst du ihr nicht sagen, dass sie uns in Ruhe lassen soll? Ich kann nicht so mit ihr reden. Und warum nicht? Sie hat es verdient. Sie ließ ihn ständig arbeiten und gab das Geld, das er verdiente, auf erschreckende Weise aus. Autos, neue Garderoben, Rassehunde. Sie kaufte alles und gab Partys, um anzugeben. Ben arbeitete während dieser Partys. Warum hat er sich so behandeln lassen? Ich lernte fleißig mit Ben und zum allerersten Mal bestand ich jede einzelne Prüfung. Mama und ich weinten. Ah! Und der Direktor ließ mich endlich wieder in die Fußballmannschaft. Yes! Dieses Jahr werden wir gewinnen. Das musste ich Ben sagen, aber er war nicht in der Schule. Und auch zu Hause war die Tür verschlossen. Er reagierte nicht auf Anrufe. Was war denn da los? Zwei Tage später saß ich auf meiner Dachterrasse, als Ben auftauchte, und ich gab ihm meinen klassischen Tackle. Wo bist du gewesen? Ich habe all meine Prüfung bestanden. Mit einer 2-. Wir haben es geschafft. Ach, Lexi, unglaublich. Ich bin stolz auf dich. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Unsere Gesichter waren ganz nah beieinander. Ich dachte fast, er würde mich küssen. Aber plötzlich zog er sich zurück. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass Mom und ich nach L.A. ziehen werden. Sehr bald. Was? Du willst plötzlich nach L.A. ziehen? Wann ist das denn passiert? Ich will nicht umziehen. Es ist wegen Mom. Sie will mich auf eine Schule für Genies schicken. Es ist schon schwer genug, hier zu konkurrieren. Wenn du nicht gehen willst, sag Nein. Das kann ich nicht. Es ist ihr Traum, in diesem Haus zu leben und mich auf die Schule zu schicken. Du musst also tun, was sie will. Hast du Angst vor ihr oder so? Ich habe keine Angst, Lexi. Ich bin adoptiert. Was? Und da erzählte mir Ben sein größtes Geheimnis. Er wuchs in einem Waisenhaus auf. Und als er fünf Jahre alt war, rettete ihn seine Mutter aus diesem schmutzigen, schrecklichen Ort. Er verdankte ihr das Leben. Wenn sie also in einem Schloss leben will, bin ich ihr das schuldig. Ich verdanke meiner Mutter auch mein ganzes Leben. Aber ich kann ihr trotzdem sagen, was ich fühle. Du wirst es nicht bekommen, Lexi. Lass es einfach sein. Ach, warum fühlte ich mich so schrecklich? Warum war es so schwer, sich das Jahr ohne ihn vorzustellen? Ich versprach Ben, dass ich ihn gehen lassen würde. Aber als ich die Umzugshelfer sah, konnte ich mich nicht zurückhalten. Ben will nicht nach L.A. ziehen. Er will da nicht konkurrieren. Er macht es nur für dich. Was? Ist es das, was du sagst? Ben? Ich warte darauf, dass er was sagt. Aber er sagte nichts. Ich weiß, was du tust. Mädchen wie dir sind alle hintertalentierten Jungs wie Ben her. Mom, das kannst du nicht sagen. Halt dich da raus. Und du? Du kannst nicht zwischen mich und meinen Sohn kommen. Bleib weg von ihm, verstanden? Du kannst Ben herumkommandieren, aber mich nicht. Lexi, ich denke, du solltest gehen. Wenn du das willst, Ben, werde ich es tun. Und du hast das Recht zu entscheiden, was dich glücklich macht. Ich ging weg und hatte die Wahrheit gesagt. Ich beschloss bei meinen Mannschaftskameraden zu übernachten, damit ich nicht mit ansehen musste, wie Ben sein Haus für immer verließ. An dem Tag, an dem ich wusste, dass er gehen würde, habe ich fünf Stunden lang trainiert. Alles, was ich wollte, war, dass meine Mannschaft das Fußballturnier gewinnt. Endlich, nach so vielen Höhen und Tiefen, konnte ich mein ganzes Team zum Sieg führen. Ich schüttete meinen Pokal wie ein Verrückter in der Luft. Dann sah ich ein bekanntes Gesicht. Es war Ben. Er war hier? Ich bin so froh, dass ich gekommen bin. Du bist verdammt gut. Was machst du denn hier? Bist du nicht weg? Ich habe es mir anders überlegt. Ich gehe nicht. Was? Da erzählte mir Ben, dass er seine Mutter angefläht hatte, ihn mein Spiel sehen zu lassen, bevor er ging. Als sie sich weigerte, wurde ihm klar, wie viel sie von ihm verlangte und er rastete aus. Er rief einen Makler an und sagte das neue Haus und seine Zulassung ab. Du hattest recht. Ich verdiene es, glücklich zu sein und zu tun, was ich will. Seit wann bist du schlau? Ich hatte einen guten Lehrer. Plötzlich hörte ich einen Schrei hinter uns. Ich wusste es. Es ist dieses Mädchen. Sie hat dir den Kopf verdreht. Mom, ich habe dir doch gesagt, es geht nicht um Lexi. Du hast gesagt, du bist in sie verknallt. Er hat was? Mom, das kannst du nicht sagen. Deshalb wollte ich nach L.A. ziehen, damit du nicht durch das abgelenkt wirst. Von was? Ein normaler 16-Jähriger zu sein, der Mädchen mag? Ich werde dich nicht hier lassen. Dann schließe ich meine gesamte Website. Ich werde uns wieder arm machen, damit wir nicht nach L.A. können. Ben, bist du verrückt geworden? Ben, vielleicht bin ich das. Ich werde ein normales Leben führen und meine letzten Schuljahre hier beenden. Niemand kann mich aufhalten. Du auch nicht. Sie war wütend, aber sie musste gehen, weil mein Team anfing, sie mit Popcorn zu bewerfen. In diesem Moment, als sie weg war, hat unser Team richtig gejubelt. Ben und ich umarmten uns und meine Mom kam dazu. Du hast dich in Lexi verknallt? Du solltest dich mit ihr daten. Mom! Sie wollte ja sagen. Sie war so verärgert, dass du gehen wolltest. Hau ab! Oh Mann, warum sind alle so peinlich? Sie hat aber recht. Du bist mein bester Freund und ich will mit dir ausgehen. Kannst du Freund und Lehrer sein? Geh mit mir aus und du bekommst eine Eins. Okay, abgemacht. Geh mit mir aus und du bekommst.